Hi! Das Video wird ein bisschen anders werden, weil ich dieses neue Intellekt rede. Das ist ziemlich komisch, muss ich jetzt sagen. Eben, weil es so ungewohnt ist. Weil nicht nur Englisch oder Deutsch reden, aber eher Englisch, also Deutsch. Ja, ich habe noch eine Antwort über, was ihr reden soll, weil ich bei meinem ersten Dialektvideo eigentlich eher nur über irgendetwas da hergerichtet habe, was man eigentlich gar nicht von ist. Und damit ich mal ein bisschen zu reden habe. Ich habe ein bisschen gefragt. Ihr müsst dann viel Themen kämen. Wie zum Beispiel Politik oder generell so wie Wahlen und Weisstehen. Aber ich möchte nicht wirklich so meine politische Meinung irgendwie preisgeben. Ist das nicht schlimm oder so? Aber ich mag das einfach nicht so. Und auch viel Sachen, wie zum Beispiel das Italienisch reden, wo ich nichts für Italienisch war. Oder ich nehme mal Ansatzweise. Ich brauche was. Oder kann. Oder irgendein Wort. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wir auch wirklich wissen wollten. So wie es bei mir normal schaut. Wie mein Privatling ist. Wie es bei mir in der Schule läuft. Und was ich tue, was ich tun möchte. Ich habe das eigentlich eher schon relativ oft gesagt, aber eigentlich noch nie wirklich im Dialekt. Und das war eigentlich glaube ich nicht ganz so schlecht. Und wenn ich mal so ein bisschen über irgendwas reden. Was jetzt so ein bisschen persönlicher ist oder so. Vielleicht auch deswegen. Damit man mich auch da besser kennenlernt. Ja. Auf jeden Fall. Eine kurze Geschichte einfach aufgucken. In Österreich. In Österreich. Ich bin da immer in Österreich. Ich bin nie wirklich wirklich gezogen worden worden. Ich bin immer schon da auch her. Ähm. Ja. Eigentlich so was ich privat tue. Nicht wirklich viel. Außer eben Videos machen. Videos schauen. Serien schauen. Ab und so. Dann. Mit Freunden. Ich habe Freunden. Zwar. Ich bin eher eine Person. Ich weiß nicht extrem viele Freunde. Sondern eher ein hoher aber dafür halt engere Freunde. Und für mich ist nicht jeder automatisch ein Freund, sondern eher Bekannte. Und ich bin ein relativ offener Mensch deswegen. wenn man glaube ich da ähm Freundschaften zu schließen. Beziehungsweise. Es sind sehr viele Leute auch froh. Nicht mehr. Weil ich nicht zu erinnern bin. Weil meine Ideologie beziehungsweise mein Denken ist einfach so. Dass ich sage. Ich tue genau das. Ähm. Was ist noch? Ja. Momentan ist in der Schuhe. Ähm. So. Mal das mal so. Ein bisschen. Und ich switchen. Ähm. Mir ist in der Schuhe ziemlich okay. Nachher ist es auch so. Es ist halt so das, dass ich heute jetzt in der Oblosglas bin. Ähm. Ist jetzt so. Ist jetzt so. Ähm. Die Stundenaufteilung ist besser anders. Dass ich halt weniger Schuhe auf habe. Dass es dann irgendwie mehr zu machen ist. Beziehungsweise. Mehr zum Lernen ist. Also. In den Fächer, wo sie maturieren will. Beziehungsweise. Ähm. Beziehungsweise. Beziehungsweise. In denen ich. Wie soll ich sagen. Also. Mein Abschluss machen will. Ist. Ähm. So muss man jetzt. Eigentlich. Das Einzige. Was jetzt macht. Also. Eigentlich. Schaut. Dass ich da ziemlich. Mitkomme. Dass ich dir so halt. Wie soll ich sagen. So dann drauf hab. Dass ich dem. Maturieren kann. Weil. Weil. Deppern ist nie in Kanada. Ja. Ähm. Ähm. Ja. Meine Schuhe ist ganz okay. Was ist denn wirklich? Was ist denn drüber? God. Sorry. Was ist denn? Es ist halt. Hinterausstrengend. Hinterausstrengend. Ganz okay. Ähm. Ja. Und momentan geht es noch. Aber. Durch das, dass ich ja jetzt. Wie schon gesagt. In der Ausschlussgasse bin. Ja. Und momentan geht es noch. Ob ich heute auch eben. Andere Sachen zu tun. Dass ich eigentlich auch lerne. Eben. Jetzt kommt halt. Die Zeit auch. Wo ich. Ähm. Für. Mit. 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 Uni beschäftigen muss. Also jetzt. Was werde ich studieren? Wo werde ich studieren? Schaut. Für die. Was. Es kommt mir. Oder. Uni. Fida auf jeden Fall. Für mich. Für mich. Ich heißen. Bin eher. Ein Mensch. Der. Selbstständig ist. Ja. Auf jeden Fall. Es hat zusätzlich noch ein. Es ist mit der Rapp. Wo es halt auch. Sponsoren suchen. Was ist. Dein Kleid. aussuchen, was zusätzlich noch irgendwelche Dinge organisieren muss, beziehungsweise mit helfen muss, dann die ganze Deckung, wochen Themen finden, dann wie es oft später in die Weihnachtsferien dazu kommt, dann Tanzproben, dann die Kostüme, beziehungsweise schauen, wo es machbar bei der Mitternacht sein lag. Ja, es ist relativ viel und es ist viel vor allem, weil jetzt damals schon ewig immer da und es wird oft eigentlich, ja, im Winter wird es relativ schnell, gell? Dann ist relativ viel auf einmal, warte ich sagen. Ja, es ist halt momentan, geht's, na, und es ist eigentlich, kommt's wirklich, kommt's okay, dass ich chillig sagen oder dass es gemütlich ist, sondern wirklich nur akzeptabel so für die ganzen Sachen, weil du kommst nur allein, zwar nicht jeden Tag, aber es geht. Kommt dir da einmal drauf an, was du für Typ bist und du hast deine ganzen Sachen leihen musst, beziehungsweise aufschiffst, wenn du musst. Ja, dann ist das eigentlich so ziemlich alles, was mir so in die Schuhe sagen kann. Ähm, und was ich auf jeden Fall eben später machen will, ist halt, ähm, Medizin studieren, aber das wird klappen nicht so mehr, weil es eben mit, einigen mit die Aufnahmetests und so ist relativ schwer ist. Und das bewährt mich eben so viel leid, dass man nicht wirklich weiß, ob man aufgenommen wird oder nicht, weil, ich weiß nicht, wie viele Plätze in welcher Uni sind, aber nicht groß so viel, dass ich glaube, wir schon mal sind, dass hier eine kommen. Neben dem zweiten Plan war halt vielleicht, ähm, OP-Schwester, ob ich weiß nicht, ob ich auch auf FH gehen muss, ob ich Uni machen muss, oder ob es eine Ausbildung ist, oder ob ich auch Medizin studieren muss. Ich weiß noch nicht ganz genau. Es ist halt, ja, aber Medizin war eigentlich eine richtige Idee. Und ich werde oft eigentlich eher sagen, wie und wo ich dies machen werde. Und, ja, eh, mein Ding ist momentan wirklich immer zu erfahren, dass ich meine Matura schaffe. Ähm, die ist eigentlich so häufig geschlossen. Ähm, ich meine, es ist gerade so schwierig, das ist schon so, dass man sich jetzt ankommen hat. Ähm, ah, die Schuhe schaffe, weil ohne Schuhe kann man doch auch. Und, ja, und dann trat ich mich dann eher für die Uni vorbereiten, obwohl ich das auch schon vorher danach hatte, wo ich auf unsere Aria-Jetscher-Tour. Und, ja, ich weiß noch nicht, was ich machen werde, wo ich jetzt spät nicht aufgenommen werde. Vielleicht einfach Videos machen, oder arbeiten gehe, oder mich irgendwie anders da ausdo, ob ich jetzt kreativ was machen möchte. Oder, weiß ich nicht, ob ich einfach dauernd besucht habe. Das weiß ich alles noch nicht. Und es wird sich alles ergeben. Ich meine, ich hoffe, es ist meistens lieber anders da. Aber man kann es jetzt nicht immer so. Ja. Ähm, das sind so eigentlich die Zukunft und die Pläne, wo es so YouTube machen wird. Wo es jetzt nicht wirklich so ganz sein. Ich möchte schon weiter machen. Und so wie es eigentlich jetzt ist, passt mir das eigentlich früh. Und wenn das so schön. Aber, ich weiß nicht, wie es oft weiterlaufen wird. So, ob jener Februar, weil eben, da, muss ich jetzt sagen, mir die Schul- bzw. Matura wichtiger ist. Weil, ob ich jetzt einen Abschluss habe, oder zwei, drei Videos auf meinem Kanal, muss ich jetzt sagen, ist mein Abschluss um einiges lieber. Ja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen besser. Und ja, vielleicht für die meisten glaube ich, ich kann das eigentlich ziemlich gut noch vollziehen. Ist man wirklich die Matura clever. Und nicht besser einfach noch mal kleine Videos geben. Weil meistens ist wirklich da das Problem. Ähm, schulische. Ja, für die Prioritäten setzen wir. Also in dem Fall eigentlich das war es eigentlich so ziemlich so, was ich für die Schul- bzw. andere Zukunftsideen habe ich nicht wirklich. Oder Wünsche, Vorstellungen. Was weiß ich, habe ich auch nicht wirklich. Und ja, ich bin immer so zufrieden, wie es eigentlich jetzt ist. Und ja, ich habe eigentlich nichts so auszusetzen. Auf so Schuhe und Privatlehmung, gell? Ich meine, du bist eine enorme Zeit für alles mögliche. Eben für Videos machen. Wenn man die schreibt, ist es relativ viel. Aber durch das, dass ich eben Videos mache. Und ähm, ähm, das ist auch mit der Schuhe, äh, ob und so viel zu tun. Kommen immer wirklich zum Lesen, bzw. ich komme mich nicht konzentrieren und das bringt mir nicht wirklich was, wenn ich was halt nur les. Und immer hinter von der Seite niemand weiß, was ich lesen habe. So wie es meine ich, wenn man dann viel geht dann. Und das, irgendwie macht es einfach keinen Sinn. Und das, sonst muss es bockt und immer was lesen. Und deswegen ist es sowieso groß, wenn ich eigentlich immer Bier verkaufen gehe, sobald ich irgendwo einkaufen bin. Geh immer Bier verkaufen. Aber wenn es nur ein kleines Buch ist, ist eigentlich kaum egal. Hauptsache, irgendwo irgendwas lesen oder irgendwas mitnehmen, was hat eine ziemliche Faszination für Bücher und so geschriebene Sachen. Ich aber eben am Abend, wo ich kurz aufhören kann. Und ja, ich muss gucken, was ich sage. Ich bin noch ein bisschen stützt auf meine kleine Sammlung. Ähm, ja, sonst eigentlich, auch bei mir ist sicher, wisst es eigentlich immer Bescheid. Ähm, schulischen, wisst es auch Bescheid. Ich muss auch sagen, es ist auch froh, es ist gerade okay. Es ist einfach alles. So, vielleicht nicht, wie ich sage ich soll. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit den meisten Sachen. Und ja. Ähm, was noch eigentlich, was ist, ist es so ziemlich, was ich, ähm, sagen kann. Ja, entschuldige, auch über mich. Man, es gibt einiges mehr. Aber irgendwer doch allerdings. Nichts, was die meisten eigentlich interessieren könnte. Und ja. Auf jeden Fall. So, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Weise interessiert. Deswegen sei es entspannend und beruhigt. Für die Leute, die es halt nicht verstehen können. Die werden das wahrscheinlich jetzt nicht verstehen. Aber vielleicht hat sich den Griff und die Schussung da interessiert. Mir ist auch öfter egal, ob es keiner interessiert. Es ist auch vorher eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen was zu erzählen hat. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Und ja. Wir sehen uns am nächsten Freitag.